sodele hi und servus miteinander ja wo man auch hinschaut bei mir auf dem tisch überall odenwolf messerchen und es hat den hintergrund odenwolf hat ein update rausgebracht und wer jetzt denkt dass das upgrade die neue verpackung hier ist ist sie nicht wir haben hier eine neue verpackung bei odenwolf und die finde ich auch recht schick und auch recht passend mit diesem wald mit diesem nebel für den autobereich finde ich das auch recht schick aber deswegen meine natürlich kein neues video sondern es gibt ein stahl upgrade und zwar für zwei wie ich finde absolut tolle messer die würde ich in ihrer preiskategorie nahezu unschlagbar sind und zwar einmal des w skandi und einmal des w flat beide messerchen sind ja ziemlich genau vor einem jahr herausgekommen und des w skandi das hat sich tatsächlich zu einem meiner absoluten lieblinge gemausert das habe ich wirklich sehr sehr oft mit dabei gehabt nicht dass das w flat schlechter ist in keinem fall ist auch ein geniales messer aber ich mag halt den skandi anstift noch ein ticken lieber wie das ja wie dieses in diesen flachschliff aber die geschmäcker sind eben unterschiedlich auf jeden fall ist für jeden was mit dabei beide messerchen gab es bis dato mit einem 440 c stahl und da ist der preis schon eine absolute kampf ansage gewesen für 39 90 und jetzt gibt es für den gleichen preis beide messerchen eben mit dem stahl upgrade mit einem d2 stahl was der d2 anders kann wie der 440 c kommen nachher gleich noch mal drauf aber ich kann euch schon mal sagen noch mal auf den preis zu kommen 39 90 wenn er den rabatt code lars 10 nutzt habt ihr auch noch zehn prozent rabatt der versand ist sowieso kostenfrei bei odenwolf und dann liegen diese messerchen jetzt mit einem d2 stahl bei unter 36 euro und das ist meines erachtens unschlagbar was ich dafür bekommen und das schauen wir uns jetzt mal so ein bisschen an und ja ihr seht das messerchen das hat seine gebrauchsspuren das ist aber auch klar denn ja ein outdoor messer muss ja auch benutzt werden und wie gesagt das hier ist tatsächlich eins meiner absoluten lieblinge geworden für den outdoor bereich und es hat mehrere grunde es ist rein theoretisch der kleine bruder vom odenwolf flaggschiff und zwar vom am boulos gandhi das am boulos gandhi hatte bis dato eben auch diesen d2 stahl und das hier diesen 440 c jetzt haben aber beide den gleichen d2 stahl und ich persönlich ist aber reine geschmackssache ich persönlich mag das w skandhi sogar noch ein ticken lieber wie das am boulos gandhi also wie das flaggschiff hier von odenwolf und es hat ein paar gründe die schauen wir uns jetzt mal kurz an ihr seht es beim am boulos hast du das so schön in der hand aber das schneidgut das ist dann doch relativ relativ ein stückchen weg und das ist halt beim w skandhi dann doch noch mal näher dran das heißt ich kann noch mal mehr kraft aufbringen um hier dann eben zu schützen und ihr seht mal wie tief das hier ins holz reingeht das ist wirklich eine wahre der wahre freude also das kann das wirklich richtig gut ich gehe am wochenende noch mal in wald wahrscheinlich und da werde ich dann noch mal so ein bisschen harte test machen und ein video drehen dazu wie man dann hier mit diesem noch mal arbeiten beziehungsweise mit der neuen version jetzt in d2 stahl und ob es da irgendwelche merkbaren unterschiede dann gibt zudem finde ich diesen griff hier diesen aufgespritzten tpu griff für mich persönlich absolut genial also das liegt für mich einfach optimal in der hand und auch bei feuchtigkeit und so weiter und so fort ich habe hier einen festen grip auch durch diese struktur hier drauf und da rutscht nichts oder sonstiges und selbst wenn man das jetzt auch länger in der hand hält der haben so ein bisschen warm wird dann klebt der fast schon in der hand also das ist wirklich wichtig eben auch bei einem auto messer dass ich hier nicht irgendwie abrutsche oder irgendwie auf die klinge rutsche oder sonstiges also auch ein sicherheitsthema und das ist hier wirklich sehr sehr schön gelöst bei diesen messerchen auch hier oben der ist ja aufgespritzt auf diese full tank konstruktion auch das für diesen preis ein full tank messer das ist schon echt eine kampf ansage und dieses dieser aufgespritzte griff den kann ich hier auch nicht wegziehen von der klinge oder sonstiges heißt hier kann auch keine feuchtigkeit blut oder sonstiges runter laufen wenn ich jetzt jäger bin oder angler oder sonstiges na also auch das wirklich gut gemacht zudem finde ich das gewicht von diesem hier das ist noch ein bisschen leichter wie das am bulo und das gewicht hier bei dem w scandi beziehungsweise w flat das finde ich nahezu als ideal wir haben hier ein gewicht von 165 gramm und das ermöglicht mir ja so und so allround tätigkeiten das heißt das messerchen ist noch schwer genug dass ich mit dem auch mal so ein bisschen hacken kann also klar mit dem machst du jetzt keinen baum um oder sonstiges aber so kleine hackarbeiten oder mal ein paar äste abhacken das funktioniert hier wirklich wunderbar noch es ist aber leicht genug auch wiederum dass ich mit dem hier auch längere zeit schnitzen kann ohne dass ich hier ermüdungen oder sonstiges in der in der hand oder im handgelenk bekommen und das ist halt wenn ein messer relativ schwer ist ist so längeres schnitzen immer nicht so angenehm und das funktioniert hier halt wirklich optimal also wie gesagt ich finde es ein optimales gewicht der scandi wie gesagt den mag ich recht gern den mache ich ein bisschen lieber sogar noch wie jetzt den flat das hat einfach den vorteil der geht unten auf null läuft der aus ist also super scharf und wenn du jetzt mit dem messerchen batoniert und ich weiß der ein oder andere sagt mit dem messer batoniert man nicht dann nimmt man eine axt mit ja aber ich renne ja nicht ständig mit einer axt im wald rum also ein messer das hast du auch mal mit dabei das steckst du dir hinten in die hosentasche oder in den rucksack oder sonstiges eine axt also sind wir mal ehrlich wer von uns rennten die ganze zeit mit der axt rum zweitens macht batonieren halt mir persönlich ich kann nur immer von mir sprechen das macht mir einfach auch spaß und wenn es mir spaß macht warum soll ich es denn nicht machen und das messer macht es absolut mit und auch der scandi schliff ich habe hier keinerlei ausbrüche oder sonstiges an dem messerchen der macht es wunderbar mit und hat den vorteil dadurch dass er hier unten wirklich auf null rausgeht der dringt schön in schneidgut ein und hier wo der scandi dann beginnt an dieser kante da habe ich natürlich dann relativ schnell die volle stärke der klinge und somit natürlich auch eine optimale spaltwirkung hier also batonieren macht mit diesem messer hier tatsächlich richtig spaß und es kann es auch richtig gut es hat so ein bisschen den vorteil da ist es auch ein bisschen besser wie das wie das flat noch meiner meinung nach jo also schnitzen batonieren ein bisschen kleinere hackarbeiten das kann das messer alles ab und dieser 440 c stahl mit dem war ich auch immer relativ zufrieden was heißt relativ mit dem war ich immer zufrieden dann kriegst du schnell wieder auf die schärfe aber das ist beim d2 natürlich genauso also ich sag es mal immer so d2 hat den vorteil der ist ein bisschen härter hält die kante ein bisschen länger und so weiter und so fort muss nicht so oft nachschaufen wie in 440 c er ist nicht ganz rostfrei er ist ein bisschen rost was heißt ein bisschen er ist rost träge und ich hatte jetzt noch nie probleme zumindest noch nie bei odenwolf mit rost beim d2 absolut nicht und ich gehe jetzt nicht gerade besonders vorsichtig mit meinen messerchen um also wenn ich draußen war egal ob ich im regen was gemacht habe oder sonstiges dann schmeiße ich das ding in den rucksack rein wenn ich nach hause gehe dann hole ich das auch nicht gleich raus und mache das sauber und öle das ein oder sonstiges nee das bleibt dann mal eine woche im rucksack und ich hatte da noch nie probleme noch nie und auch was das nachschaufen angeht da sehe ich jetzt tatsächlich kann oder bemerke ich beim nachschaufen keinerlei unterschied ob ich jetzt ein 440 c oder d2 nachschaufen geht beides absolut easy liegt vielleicht aber auch daran dass ich jetzt meine messerchen aus gar nie richtig stumpf worden lasse ich habe meistens entweder diesen klingendoktor von wolfgangs eben mit dabei oder einfachen cc4 also nicht mal dc4 sondern wirklich cc4 und dann ziehe ich nach arbeit einfach mal kurz drüber ein paar mal und dann ist das ding wieder ratten scharf und gut ist also dann brauchst du da auch nie groß ansetzen und groß nachschaufen oder sonstiges also das funktioniert wunderbar unterschied wenn ihr das mal so ein bisschen mal halt noch mal so sieht was ein bisschen besser unterschied ist mir aufgefallen bei der in anführungszeichen alten version ist das kann die geht das kann die höher wie bei der neuen version das hat mir hier sehr gut gefallen dass dieser kann die so hoch angesetzt ist ob das jetzt tatsächlich viel schlechter ist jetzt hier wenn der niedriger ist ich glaube es nicht ist vielleicht kopf sache aber ich fand es sehr sehr hübsch auch und es hat auch gut funktioniert das war mir aber im praxistest wie gesagt am wochenende versuche ich meinen weitzugehen praxistest noch mal zu machen da war mir das rausfinden ob ich hier zumindest mal ein unterschied merke ich glaube allerdings nicht jetzt beim w flat da gibt es gar keine unterschiede beides absolut identische messerchen ihr seht es die gibt es natürlich auch alle immer in verschiedenen farben mit verschiedenen klingen finishes hier oben drauf also egal ob geschwärzte oder eine stonewash klinge oder eine satinierte klinge das könnt ihr euch immer raussuchen gibt es verschiedene varianten ich verlinke euch das ganze natürlich unten wie gesagt absolut tolle messer absolut tauglich full tank toller griff tolle schneid leistung für den preis sage ich tatsächlich unschlagbar beim stand die vielleicht noch ganz kurz das kann die war das ist die scheide das kann die hält super in dieser in dieser scheide da wackelt nichts da kann man rummachen wie man will da klopft nichts das ist wirklich toll die scheide ist toll du kannst hier noch ein feuerstahl oder irgendwas machen du kannst hier oben noch mal separat sichern das brauchst du aber eigentlich gar nicht weil ich habe ich zum beispiel auch nie und der denkler hier hinten ist einmal mit glätt und mit einem druckknopf funktioniert einwandfrei du kriegst das ding schnell an den gürtel und auch schnell wieder weg also wirklich top gefällt mir richtig gut jetzt beim alten flat da war es so ich zeige euch das mal noch schnell da hat die scheide nicht ganz so 100 prozent gepasst da hat es noch ein bisschen gewackelt nicht schlimm aber man hört also das wurde so ein bisschen bemängelt deswegen wolfgangs ist eine firma die auf irgendwelche zurufe aus der community auch hört und dann auch was abändert und das ist jetzt beim neuen w flat eben nicht mehr der fall da ist es so man hört man hört eben nichts also auch das behoben ich finde richtig richtig gut was ich hier bekommen für das geld und wie gesagt ich finde die messerchen alle richtig richtig cool vor allem für den preis also ich wüsste jetzt nicht was ich da besseres bekommen für diesen preis ich verlinke euch die messer natürlich auch noch mal unten und wie gesagt ich versuche am wochenende noch mal so ein praxis test zu machen und das noch mal online zu stellen dann seht ihr das auch noch mal so ein bisschen in der praxis aber ich habe auch letztes jahr ja schon zu der 440 variante ein praxistest dann auch noch mal gemacht und hochgeladen das findet ihr natürlich auch noch bei mir auf dem kanal ja ich sag vielen dank fürs zuschauen über den daumen nach oben würde ich mich natürlich sehr freuen genauso auch über ein abo falls ja nicht sowieso schon eins da gelassen habt und ja ich spiele hier noch ein bisschen rum und schaut noch mal ja richtig schön komme ich hier tief rein und ich sage vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal tschüssle bye bye und macht's gut ciao bis zum nächsten mal